Der Krieg in der Ukraine ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe, zuvorderst eine humanitäre. Wir bei Fresenius sind tief erschüttert und verurteilen den Angriffskrieg auf das Schärfste. Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Ihnen und allen, direkt oder indirekt Betroffenen dieses Kriegs, gelten unsere Sorgen und Gedanken. Aber auch unsere Taten. Wir arbeiten intensiv daran, über eine humanitäre Hilfsorganisation Krankenhäuser in der Ukraine mit lebenswichtigen Produkten für die Notfallversorgung, dringend benötigten Blutkonserven und Medikamenten zu versorgen. Auch die Patientenversorgung in unseren Dialysezentren vor Ort halten wir aufrecht, trotz aller Widrigkeiten und arbeiten intensiv an der Aufstockung unserer Vorräte an Verbrauchsmaterialien. Wir hoffen auf Einsicht und wünschen uns von ganzem Herzen ein Ende der Gewalt und Frieden in der Region. Unser ganz besonderer Dank und unsere aufrichtige Anerkennung gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die unermüdlich, auch unter Einsatz ihres Lebens, helfen, die Patientenversorgung unter diesen außerordentlichen Umständen sicherzustellen. 2021 war ein gutes Jahr für uns, trotz der durch die Corona-Pandemie gegebenen Umstände. Den Umsatz konnten wir währungsbereinigt um 5 Prozent steigern. Beim Gewinn konnten wir ebenfalls zulegen, auch hier um währungsbereinigte 5 Prozent. Das war mehr, als wir zu Jahresbeginn erwartet hatten. Es bedürfte einer enormen Anstrengung von uns allen, um dieses Wachstum zu erzielen, in einer Zeit, die noch immer erheblich von negativen Covid-19-Effekten geprägt wurde. Auch in diesem Jahr setzen wir unsere Dividendenpolitik fort. Deshalb schlagen wir eine Erhöhung der Dividende auf 92 Cent pro Aktie vor. Das ist eine Erhöhung um 5 Prozent und das wäre unsere 29. Dividendenerhöhung in Folge. Erstmals schlagen wir unseren Aktionärinnen und Aktionären auch die Alternative einer Aktiendividende vor. Dabei besteht die Wahl, die Dividende entweder, wie bisher, in bar zu erhalten oder in Form von neuen Fresenius-Aktien. Mit der Aktiendividende bietet sich eine einfache, unkomplizierte Möglichkeit, weiter in unser Unternehmen zu investieren. Covid bleibt weiterhin ein bestimmender Faktor für uns. In unserer Prognose für 2022 haben wir dies bestmöglich berücksichtigt. Wir erwarten, dass wir den Umsatz währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern werden. Und beim Konzernergebnis rechnen wir mit einem währungsbereinigten Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Unsere Mittelfristziele, die wir uns vor Beginn der Pandemie gesetzt hatten, die konnten wir bestätigen und haben diese nun präzisiert. Vor einem Jahr haben wir begonnen, Fresenius zu einem noch schlagkräftigeren Gesundheitskonzern weiterzuentwickeln. Unser klarer, strategischer Wachstumspfad gibt die Richtung für die Zukunft von Fresenius vor. Wir wollen unser profitables Wachstum beschleunigen, den Konzern und für alle Unternehmensbereiche die Kapitalallokation optimieren und durch die Erschließung neuer Kapitalquellen stärken. Unter anderem haben wir mit der Umsetzung unseres angekündigten Kostensenkungs- und Effizienzprogramms begonnen. Wir kommen gut voran, sogar schneller als ursprünglich geplant. So konnten wir unser Kosteneinsparungsziel deutlich erhöhen, und zwar auf mehr als 150 Millionen Euro nach Steuern und Minderheitenanteilen im Jahr 2023. Und für die Zeit danach streben wir noch höhere nachhaltige Kosteneinsparungen an. Und auch im Bereich Nachhaltigkeit haben wir erhebliche Fortschritte gemacht. Die Bekanntgabe eines Klimaziels für den Fresenius-Konzern ist ein weiterer Meilenstein im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir wollen bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Unsere direkten und indirekten Treibhausgasemissionen wollen wir bis zum Jahr 2030 um die Hälfte reduzieren, ausgehend von rund 1,5 Millionen Tonnen im Jahr 2020. Dabei orientieren wir uns an den wissenschaftsbasierten Zielen des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Weiterhin haben wir verstärkt unsere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit sichtbarer und messbarer gemacht. Dies wurde nicht zuletzt von den Ratingagenturen anerkannt und führte zu einer besseren Bewertung gegenüber dem Branchendurchschnitt. Im Jahr 2021 waren erstmals 15 Prozent der kurzfristigen variablen Vergütung des Vorstands an ESG-Kriterien gebunden. So haben wir über alle Bereiche hinweg deutliche Fortschritte in puncto Nachhaltigkeit erreicht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020